Hey guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Erneut in Turkey Server Elo Climb mit meiner Möglichkeit als Millfight in der Midlane. Zudem hatte ich den guten Mönchel als Poppy auf der Top-Level mit dabei. Und um nicht weitere Wörter zu verlieren, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem nachvollen Gameplay. Bis dahin, see ya guys! Willkommen zu Summoner's Runde! Ich bin von N.A. Okay, alle von Diana müssen nicht erwarten. Ich sah aber doch nur, man! Abtja! In A-Stash! Going! Got it! Ich will noch gegen EU-Westleuter missten. Weißt du? Ja. Minions haben spawned. Ja! Es kommt Challenger Kappa. Ich bin von 2. Ich verarsche dich doch nur. Okay. Okay. Schauen wir uns zu... 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 Master-Tier. Bronze-3. Mr. Rami. Der weiß nicht mal, was Kappa ist wahrscheinlich. Ach, CS. Egal. Er muss sehr hoffn, ey. Er muss sehr hoffn, ey. Schau mal. Mein Pik! Mein Pik! Warte, sterbe ich gerade oder lebe ich gerade? Sehr gut! Wozu? Ich weiß nicht, ich lebe eh. Leplonka mit ihren unglaublichen Fähigkeiten. Weil irgendein Troll mal wieder mal ein Z-Bun musste. Ah. Okay. Sehr nice. So gut gespült von dem... Auch wenn er jetzt in meinen Set weg gebannt hat, was mich echt ärgert. U-Deal ist mit. Vielleicht geht der Inspektor vierfachen halt. Oh mein Gott. Ah. Meine CR ist... Der Supporter startet erstmal mit dem Dorans Ring. Ähm, State. Dorans Ring. Nicht Dorans Ring, Dorans Ring. Ja gut, der ist auch klar. Der andere ist Top-Lane. Hm, er fühlt. So, der war auf einmal auf der Lane und ist da weggelaufen und jetzt, keine Ahnung. Level 3 da eh, ne? Du bist auch Level 3, okay. Ja, ich war weg. Bin hingelaufen. Du hast 8 CS. Ich hab' Kill. Oh, mein Gegner ist AFK. Mach's mal. In den Gegner ist AFK und dann reden wir weiter. Going. Dorans Ring. Pass auf, er kann die Top-Lane kommen. Geh mal weg da. Ach, der... 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 Ich hab die Anna Staya, da ist sie schon. Boah, ich hab meine Weh, wenn sie mich jetzt ansch... Ah, du sollst nicht sterben. Meine Wege machen muss noch. Was anderes. Ah, die CS von mir. Ah, Udi ist wieder da. Schade. Ist doch schön. Ja, wir greifen mal. Erstmal gleich fighten. Komm bitte die Minus rein. Geht doch. Oh, ich dachte jetzt gar gut schock. Ich habe nur die Flash gebatet. Pass auf Toplane. Ist er tot? Oh mein Gott. Okay. Voller. Nicht zu viel riskieren, nüt. Ich habe nur die Flash gebatet. Gut Job. Ich weiß halt, meine Passive kriegt mir doppelte Resistenzen. Dann kann man schon was abhalten. Stay down. Dann ist die ersten unglaublich schlecht. Genauso wie deine. Deine sind ja noch schlechter. Ja, und ich bin jetzt gleich mit der Pflicht. Die sind nicht schlecht gemacht Rekt Pass auf, die ist wieder weg Die spacen glaube ich Nicht geworden Ok, sehr gut Fianna ist weit weg Wirst du mit Klein Kann sie ruhig kommen Ich habe kein Problem damit Hier ist Mitte Na ja, kommt Der Waste ist nicht mal so ein Ultimate Was? Er hatte vielleicht so ein Ultimate Wasten Na ja, früher Geh mal hinterher, da kommt Ich komme auch dazu noch Oh blöd Oh blöd Oh 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 Ich dachte mal auch nur Hm, die hat sie nicht sogar gebait Nicht schlecht Not bad Not bad Not bad Die 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 Ich verliere halt ne Menge CS Du bist nicht gestorben, sehr gut, nur die Farben ist zack, richtig Balls Der war AFK Aber mal kurz AFK, ich hab's geschafft Vielleicht geht er noch mal AFK, wenn ich weiterkomme Du bist ja besser in den Weg gehen kann, oder? Wenn er so spielt, auf alle Fälle Ah Hast du TP? Oh, ich wollte TP, ich bin hier nicht geschoben Wunderbar meint Brauchst du nicht mal Ich kümmere dich um deine Lane Geht ihr entgegen? Hm, ja Was macht der? So geht's auch Sehr gut Komm, stop den klar, alles ok Ah, das S war über dir Ah, falsch Ja, ja, jetzt kriegst du sogar Lane, glaub ich Oh, du fährst du Oh, der hätte erstmal den Q verfehlen hier Gut Ja! Aha Also, also Okay, okay, okay Wo ist der Korki? Oh Ich glaube es sollte ein Easy-Win werden Nimm mal einen Tower, ich geh Back Ich geh mal Top-Lam, bleib drüben in der Mitte Okay Die LeBlanc soll ja auch weniger Chance gegen dich haben, weil sie nicht ranterschen können Mein Farm ist richtig bad, dein Farm ist richtig bad Genau, hol dir mal den Perfekt Ich glaube der macht mich absichtlich zu reden Leiden Ja, nur drücken Wir können nicht die Dive nehmen, sondern die Lowe. Ich habe ultimate up. Ich gehe so schnell wie ich kann. Ich komme so weg. Aaaaaah! du musst laufen wie der wind wie der wind oh mein gott die jana titas pink board wir hätten vielleicht nicht sofort engaschen sollen also nicht so hart engaschen sollen wir haben mindestens 2 für 2 am ende ist nicht so schlimm jetzt wir sind sowieso viel stärker wir haben kragas der sogar mal tank bildet ja eigentlich schon ja Okay, langsam wird das ein bisschen lächerlich, was wir hier machen. Yes. Wir sollten uns vielleicht nicht mehr baiten lassen von diesem Spieler. Sollte. Ist nicht gut. Ja. Oh, schnell. Okay. Kein Gold bekommen. Wundervoll. Aua, sterb auf der Kopf nun. Verkauf mal so'n Durons. So. Ich weiß nicht, ob das so kommt. Warte, warte, warte. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilf mir. Ah. Ich werde den Tower machen. Muss tankiger werden. Oh mein Gott. Oh, ich dachte ja, wie hat der die Mönche? Tch, keiner farmt. Wirklich gar keiner farmt in diesem Game. Schon ein bisschen traurig. Warum ist die Level 12? Ach, die ist... Die steht Team 3. Das ist ein Spiel. Ich habe ihn geholfen, ich habe ihn geholfen, ich habe ihn geholfen. Corki Und die Diana sind die Damage Stealer gerade aktuell Magic Damage Vielleicht sollte ich mir noch Ja wobei Sunfire klingt nicht wirklich in diesem Game Oh Hinsen dann Warum macht er sowas? 3 bisschen 3 bisschen 3 3 Mal da Ah ok, das war ein 2 Multi für mich Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Er tut weh. Schau dir mal. Geht doch. Sterex vielleicht noch kaufen oder sowas ähnliches. Weil die haben schon Burst Damage ohne Ende. Der F.A.R. macht mich so traurig in diesem Game. Aufpassen. Ich bin Poppy. Du hast geholfen. Du hast dich irre. Du hast sie nicht. Du hast gehe. Du hast es gegenseitigt. Du hast dein Gew força. Du hast du es. Du hast eine Konflikte für den Komplikationen. Das ist so wichtig, aber okay. Mal da? Ah! Oh fuck. Schau mal an Sehr schön gemacht So, gleich glaubt er nicht, gleich glaubt er nicht, easy Okay Siu Gank Versus Camp Nicht zufrieden, nicht zufrieden Nicht zufrieden Komm schon Jetzt haben wir Ja, das ist die Felschen schon Ah, wo ist die Eve? Ich meine natürlich die Leblanc Aufgepflegt, ob sie da hingeht DJ Back Ich mach dich mal Boah, es geht Geht doch Weiß nicht So Gehen, 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 töte sie Töte sie wie ein Mann Gehen Huh? Huh? Wie ist das? Wie ist das? Oh mein Gott Graf Ich hab keinen Mann nachher Ich hab nichts mehr Ich hab kein Mann nachher Ich hab nichts mehr Seekra Seekra Was kann man sich eigentlich noch kaufen? Dieses Portal am Westen Genau das hier Wie ist das hier auf dem Server? Portal kaufen Ja, das ist disabled Warum das denn? Also da war hier Wenn man das hier jetzt hingestellt hat Und der Golem immer dagegen gelaufen ist Da waren die am Ende irgendwie Insichtbar und die Minions auf der Blocklane haben sich alle so verwirrt irgendwie So ein Dreck So ein Mist Yes Ah Aha Ich bewege so schnell wie ich kann So ein 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 Dann müssen wir uns zusammenfalten. Ja. Ich hab den irgendwo. Den oben gerade. Ich komme. Oh, ich stoppe den. Ich mach mal. Ich muss erst mal den hier vorkommen. Komm mal. Ja, schön. Langsam geht mir das, wie ich sag. Unsere Minions. Komm, komm, komm. Ich hab keinen Bock mehr. 9-1. Go, go, go. Okay. Oh, ja. Thanks. Thanks. Ich glaube, im Schluss 11-1 ist Malfight. Ich weiß, 12-1. Eins und beiden. Malfight 2 strong auf Türkei-Server. Eindeutig. Jetzt bin ich echt gespannt, in was für eine Liga ich eingestuft werde. Ich warte. Hey, Platin 4. Spoiler. Platin 4? Ja. Also bad. Naja. Geht noch. Kann man mitnehmen, denke ich mal. Untertitelung des ZDF, 2020